Der Wohnbestand in Deutschland, über 60% sind vor 1949 gebaut, also er ist wirklich alt und deswegen hast du da einen Renovierungsstau. Und da eröffnen sich dann auch neue Märkte, die du aber wahrscheinlich nicht mehr alle genauso bearbeitest, wie klassisch der Baumarkt entstanden ist. Du kaufst einen Artikel ein, stellst ihn ins Regal, der Kunde kommt hin, zieht ihn sich raus und nimmt ihn mit. Also gerade die Themen, die du angesprochen hast, ob das ein Zuhause smarter zu machen ist, ob das die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, ob das irgendwie die Bewässerungsanlage für deinen Garten ist, das sind alles Dinge, die ein bisschen komplexer sind und die nicht mehr nur ein Produkt sind, sondern schon ein Produkt und ein Produkt und eine Umsetzung, also eher über Lösungen nachdenken. Und das ist auch durchaus das Wachstumsfeld, was wir sehen, weil eigentlich ist der Markt, der Baumarkt, wenn wir jetzt mal für Deutschland sprechen, ist 20 Milliarden Euro groß. Aber wenn du das Zuhause und die Gärten unserer Kunden betrachtest, wird der Markt zehnmal so groß, 200 Milliarden. Moin, wir haben bei OMR noch nie über Baumärkte gesprochen, dabei kann man da insbesondere Sachen einkaufen, um sich vorzubereiten für den Weltuntergang oder man kann mit Baumärkten Geld verdienen. Also liebe Prepper und liebe Wirtschaftsfreunde, jetzt kommt der neue CEO von Obi hier im Podcast. Auf geht's. Moin Sebastian. Moin Philipp. Ist wahr, du bist noch gar nicht so lange CEO von Obi. Nein, das war, ich bin das erst seit Ende September, deswegen tatsächlich noch ganz frisch. Aber du bist nicht mehr frisch bei Obi, sondern da bist du schon eine ganze Weile. Das stimmt, da bin ich schon seit über zehn Jahren. Das ist tatsächlich eine interessante Geschichte, dass ich dann von innen raus sozusagen mich da entwickelt habe. Seit Anfang 2012 habe ich bei Obi angefangen. Und davor, um das einfach kurz allen zu erklären, du hast klassisch in Münster BWL studiert, promoviert, dann Beratung gemacht. Und dann ist das ja häufig ein Weg, weiß ich nicht, wo man dann irgendwie in klassische Digitalfirmen, in irgendwie Investmentbanking oder sonst was. Aber du bist dann nach der Beratung beim Baumarkt gelandet. Ja, ich habe VWL studiert, der Rest stimmt. Das ist ja noch schwieriger als VWL, ne? Ja, also je nachdem. Aber ich glaube, was dann doch wieder klassisch war, war, wenn du nicht beim Investmentbanking landest nach der Beratung, dann landest du zumindest im Corporate Development. Und das habe ich auch gemacht bei Obi. Also ich habe im Corporate Development angefangen. Ohne Mitarbeiter, das war ganz interessant. Ich bin da zwar als Head of Corporate Development, aber ich war Head of myself. Ich bin da allein angefangen. Und das war aber ganz gut im Nachhinein, weil ich dann auch wirklich Obi gut verstehen konnte und zuhören konnte. Du hast halt nicht sofort eine Verantwortung gehabt und ein Team gehabt, sondern ich konnte erst mal zuhören und verstehen. Kann man davon ausgehen, dass jeder in Deutschland Obi kennt? Ja, kann man davon ausgehen. Also wir haben eine Markenbekanntheit von 95 Prozent. Wir sind schon einer der bekanntesten Marken. Und ich würde davon ausgehen, ja, jeder kennt Obi und ich würde fast auch behaupten, die meisten waren auch schon mal irgendwann in einem Obi. Wie viele Märkte gibt es? Wir haben 650 Märkte in zehn Ländern. In Deutschland 350. Das ist auch ungefähr 50 Prozent des Umsatzes. Das läuft auch über Deutschland. Also gerade in Deutschland sind wir, aber auch in den anderen Ländern, die sind halt deutlich kleiner und weniger Heimwerkervolk als die Deutschen. Und deswegen sind wir in Deutschland auch insbesondere bekannt. Es ist entsprechend auch eine relativ große Firma. Ja, wir sind über acht Milliarden Umsatz groß. Wir haben über 40.000 Mitarbeiter in den Märkten und in der Zentrale. Wir sind in zehn Ländern aktiv und ja, vor allem über 50 Jahre alt. Ich glaube, das ist auch immer noch erwähnenswert, wie viele Geschäftsmodelle. Du beschäftigst dich ja viel mit neuen Geschäftsmodellen. Die Halbwertszeit wird ja immer kürzer. Und ja, deswegen haben wir 2021 das 50-jährige Geburtstag von Obi gefeiert. Aha. Müssen wir dazu kommen, wo kommt Obi her? Wer hat es gegründet mal? Der Manfred Maus hat es gegründet mit dem Herrn Lux. Und der Manfred Maus war auch viele, viele Jahre dann der CEO des Unternehmens, hat das 1970 gegründet. Und ja, hat das eigentlich dann auch die ersten 30 Jahre groß gemacht. Und Irmann verkauft an Tengelmann? Und dann Tengelmann mit reingeholt und 85. Und dann ist Tengelmann Hauptgesellschafter geworden. Aber wir haben noch einen zweiten Gesellschafter neben Tengelmann, die Familie Luke und Unternehmensgruppe Luke. Und die ist eben auch noch Teilhaber. Sind das die Lukes, die auch in Essen, wo ich hier herkomme, die Auto... In Time, ja. Ah, okay. Da gab es ja so Mercedes oder sowas, glaube ich, hatten die und so. Genau. Okay, okay. Okay, scheinbar auch eine sehr umtriebige Unternehmerfamilie. Ja, auf jeden Fall unternehmerisch. Weil es ist jetzt auch kein kleines Asset, so ein Obi. Wäre das, wenn es jetzt an der Börse wäre, wohl im DAX? Nee, das wären wir nicht. Dafür ist, glaube ich, dann auch Bewertung von eher stationärem Handel ist da, glaube ich, dann nicht da. Wurde da dann im DAX mit. Aber im DAX vielleicht? Ja. Dennoch mal einfach zu verstehen, was ist ein Asset wert? Also was würdest du sagen? Gibt es da irgendwelche Comparables oder sowas? Ja, also wir haben ja den Hornbach, einer unserer Wettbewerber, der ist ja an der Börse. Wenn du dir da die Marktkapitalisierung anguckst, dann ist das, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber ich glaube, irgendwas um die 1,34 Milliarden ist der Hornbach bewertet. Wir sind größer als Hornbach mit Obi. Ja, aber so in der Größenordnung wird es sich dann abspielen. Warum wurdest du denn damals geholt? Also macht man sich damals schon vor zehn Jahren die Sorge, dass vielleicht irgendwie das Baumarktmodell irgendwie umgebaut werden muss? Oder was war also dein Job? Nee, damals, als ich geholt wurde, habe ich ganz klassisch, wie gesagt, das Corporate Development gemacht. Das war direkt am CEO reportend. Der hat halt dann so eine kleine Strategieeinheit gehabt für jede Art von Fragestellungen. Da geht es dann, ja, damals waren noch so Expansionen, in welchen Ländern sind wir, Portfolio-Management von unseren Ländern, von unseren Headquarters, wie wir Länder steuern. Und das war so ein klassischer Strategiejob, den du da, wo mein Profil gut gepasst hat mit der Ausbildung. Und die Fragen, die sich dann erst im Zeitverlauf gestellt haben, wie verändert eigentlich der Kunde die Anforderungen, die wir als Obi, ja, welche Anforderungen wir als Obi haben, dass wir für unsere Kunden relevant bleiben, ist dann auch erst in der Zeit stärker geworden, als ich da war. Da hat dann, weiß ich noch, haben wir angefangen, uns über so Marktanteile und Umsätze im Markt zu unterhalten. Und dann ist dann der Amazon immer weiter in den Rankings oben aufgetaucht. Und ehe wir uns versehen haben, hat er dich in den Umsätzen für reines Baumarktssortiment überholt. Und dem hast du so zugucken können. Und das war dann schon so der Moment, wo man angefangen hat zu sagen, okay, was heißt das denn jetzt für uns in der langen Frist? Und was, also erzähl mal so ein bisschen, du hast ja dann schon vor Jahren angefangen daran zu arbeiten, sozusagen Obi irgendwie digitaler zu machen. Ja, also so richtig den Startschuss mit meiner Person und meinem Team haben wir dann gestartet 2017. Da haben wir Obi Next gegründet. Das war schon die Antwort, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen aus dem rein stationär gedachten Handel Antworten finden, wie wir am Kunden dranbleiben. Und haben uns dann entschieden, dass wir mit Obi Next eben eine neue Einheit aufbauen, aber die eben bewusst auch neben Obi gesetzt haben. Wir sind auch dann nach Köln gezogen mit der Einheit, um eben dort auch Zugang zu anderen Talenten zu haben und sich auch ein Stück weit bei manchen Dingen auch die Freiheitsgrade zu schaffen, Dinge anders zu machen. Von der Arbeitsweise, aber auch technologisch. Also wir haben dann auch technologisch neue Dinge gebaut, frei gebaut und nicht an die sozusagen bestehende Technologie angebaut und auch von der Arbeitsweise. Also wir haben uns damals typisch so Spotify-Videos, ging damals los, wie arbeiten die? Und solche Themen haben wir uns dann auch angeschaut, um dann zu sagen, okay, wenn wir moderne Produkte vom Kunden aus bauen wollen, dann müssen wir die eben auf der grünen Wiese bauen und anders als die Vergangenheit aufgebaut haben. Aber das sind vor allen Dingen digitale Produkte oder ist das auch schon zu sagen? Das sind digital, also vereinfacht gesagt ist so die Hey Obi App entstanden. Das ist das Kernprodukt, mit dem wir gesagt haben, wir wollen eigentlich den Kunden begleiten in seinem Zuhause, in seiner Journey und da wollen wir an ihm dranbleiben und das war so das ikonische Produkt, was wir damals dann, da ist die Idee entstanden und das ist jetzt live. Was kann man mit der App machen? Also ein paar Beispiele. Ja, mit der App kannst du, also unser Ziel ist tatsächlich damals gewesen, der ständige Begleiter von unseren Kunden zu bleiben und das heißt, du kannst sowohl klassische Sachen machen wie natürlich Shopping, aber was du machen kannst und das ist schon, da haben wir wahnsinnig viel gelernt, ist, dass du eine digitale Beratung machen kannst. Also du kannst, egal wo du bist, du kannst in deinem Garten stehen und dir einen Obi-Berater nach Hause holen, digital, und kannst dem deine Terrasse zeigen und sagen, hör mal, hier will ich eine Terrasse bauen, wie sind die Bodenbeschaffenheiten, wie gehe ich so ein Projekt an, was brauche ich dafür, dann kannst du danach in den Obi-Markt gehen, dir die Terrasse planen und dann legt er dir danach die Planung wieder in deiner App ab und dann kannst du sie da wiederfinden. Also wir bleiben sozusagen am Kunden dran, wir haben Pflegepläne, das heißt, wenn du danach irgendwie sagst, ich will irgendwie meinen immergrünen Rasen haben oder ich liebe einen englischen Rasen, weiß nicht, wie ich da hinkomme, sieht heute noch aus wie ein Acker, dann gibt er dir Pflegetipps und sagt dir pro Monat, was du zu tun hast und das ist ein anderes Thema, aber auch In-Store-Themen haben wir drin, wir haben so einen In-Store-Navigator, also typische Frage, wenn du in den Baumarkt kommst, ist ja entweder, wo ist der Mitarbeiter oder wo ist das Produkt, du bist in der Regel auf der Suche, 10.000 Quadratmeter hat so ein Obi-Markt im Schnitt, 40.000 Artikel, da hast du schon ein paar Fragen, wenn du reinkommst und da typischerweise fragst du dann die Mitarbeiter, wie gesagt, findet man oft nicht und so, deswegen haben wir jetzt auch in der Hey-Obi-App eben auch so einen In-Store-Navigator, wo du dann deine Produktsuche eingeben kannst und dann navigiert er dich individuell in den Markt, wo ist jetzt mein Klebeband. Also wie oft ist die App schon installiert worden? Wir haben über vier Millionen Kunden jetzt in der App und haben das jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, haben wir die über vier Millionen erreicht. Und das messt du dann auch so diese typischen Metriken, also Monthly Active, Daily Active und sowas? Ja, also wir haben über 50 Prozent aktive Kunden. Also Aktiv heißt dann im Monat oder sowas? Wir haben dann, ja, ich glaube, wir haben also gekauft im Jahr, ist bei uns aktiv und Nutzung, wie oft sie dann die, dass sie auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob jetzt alle zwölf Monate oder monatlich, ich glaube eher zwölf einmal im Jahr die App geöffnet haben und genutzt haben und interagiert haben. Okay. Und das Ganze kommt aber auch so ein bisschen aus der Idee heraus, wie kann man sich von Amazon abgrenzen? Das ist ja eine große Frage schon für viele seit Jahren. Und ein Argument ist ja immer über Services und Sachen, die halt Amazon nicht macht. Die haben halt irgendwie den riesigen Shop und die Produkte und teilweise auch gute Preise. Aber ihr sagt, okay, die Service Layer, das macht Obi besser. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich so am Anfang die Frage gestellt, wie du so gesagt hast. So ging das vor sieben, acht Jahren los, als wir damals den Effekt dann gesehen haben, welchen Einfluss Amazon dann aufs Kaufverhalten hat. Und da ist, glaube ich, würde ich aber noch lieber starten, dass, glaube ich, das ganze Zuhause und die Gärten unserer Kunden und Kundinnen ein total spannendes Feld sind. Weil da beginnt ja das Beschäftigen weit vor dem Kauf. Also ein Lieblingsbeispiel, das ich in dem Zusammenhang immer mache, ist, bleiben wir mal bei der Terrasse. Bis der Kunde eine Terrassenfliese kauft, da vergehen drei Monate davor, mit denen er sich mit dem Projekt beschäftigt hat. Und genau da wollen wir eigentlich ansetzen. Weil DIY Home and Garden stellt den Kunden eben vor viele Fragen, Probleme und Herausforderungen. Sei es, welche Fähigkeiten habe ich? Kann ich das bei mir zu Hause überhaupt umsetzen? Kann ich das selber schaffen? Brauche ich jemanden anders? Was lässt mein Budget zu? Wie ist die Bauweise? Und da können wir deutlich mehr Mehrwerte liefern, als die jetzt auch ein Amazon liefern kann. Könnte er vielleicht auch machen, aber ich glaube nicht, dass das eine Priorität ist, weil da geht es um Kompetenz, da geht es um Wissen. Und da spielen eben dann auch unsere Mitarbeiter eine große Rolle. Weil wir haben wahnsinnig viele kompetente Mitarbeiter. Da ist nur die Herausforderung immer zu wissen, ja, wo ist genau der Richtige, den wir gerade brauchen? Und deswegen haben wir auch in der App sozusagen die Mitarbeiter dahinter geschaltet, wie ich gerade mit der Videotelefonie erzählt habe. Und da wissen wir eben auch, das hier, da ist der Mitarbeiter im Markt in Kamp-Lindfort. Der kennt sich extrem gut aus mit Terrassen. Und dann ist das bei uns eben gepflegt und hinterlegt. Und dann können wir denen eben den Kundenproblemen zuordnen, auch wenn der Kunde gerade in Hamburg ist. Okay. Und das ist natürlich schon eine große Differenzierung, weil wir da eben dann die Beratungsqualität und Unwissenheit, Fragen, Umsetzungsschwierigkeiten sind, Baumarkt-Themen sind einer der meistgegoogelten Themen, wenn du dich damit beschäftigst. Diese ganzen Probleme und Herausforderungen von Kunden, die sind eben immens. Ist das Schimmel? Ja, nein. Ist die Wand schief? Wie kriege ich sie gerade? Also es gibt ja so viele Fragestellungen. Aber ihr habt euch entschlossen, ihr wollt da auch wirklich das über Inhalte selber lösen, über Menschen. Das ist ja erstmal nichts, worüber ihr Umsatz zieht. Also das ist dann am Ende eine Spekulation, dass das dazu führt, dass die Menschen auch mehr bei euch kaufen. Ja, genau. Also es geht um Customer Lifetime-Werror. Es geht darum, dass wir den Kunden verstehen, dass wir dadurch, dass wir den Kunden verstehen und wir ihr Mehrwerte liefern, eher mehr Berührungspunkte mit uns hat und wir dann daraus am Ende eben den Kunden auch mehr an uns binden. Und geht das auf? Kann man das messen? Ja, das können wir messen. Also wir haben, ich weiß noch, als ich bei Obi angefangen habe, haben wir gesagt, ja wir oft kauften Kunde im Baumarkt. Na hey, es ist so, ja, wissen wir von der GFK-Studie, haben wir einmal im Jahr gemacht, der kauft zwischen fünf und sieben Mal im Jahr. Und ja, aber das ist ja ein bisschen wenig dafür, dass wir den Zugang zum Kunden sind, was wir darüber wissen. Also dass man einmal die GFK befragen muss. Jetzt haben wir über unsere vier Millionen Kunden in der App, kann ich dir sagen, dass wir 50 Mal im Schnitt mit den Kunden Kontakt haben pro Jahr. über jetzt öffnet eine E-Mail oder macht was in der App oder stellt eine Anfrage an einen Berater. Also wir wissen jetzt, dass wir 50 Interaktionen haben. Klar, die Kaufhäufigkeit, dadurch ist jetzt nicht automatisch von 50, kauft er nicht 50 Mal was, sondern dann informiert er sich, plant und so weiter. Aber wir schaffen ihm eben die Mehrwerte, verstehen ihn so gut, dass wir ihm dann hoffentlich die bessere Kaufunterstützung liefern. Und das ist dann die Wette, wie du es genannt hast, die wir dann eingehen. Wie ist denn Obi in den letzten Jahren gewachsen? Wahrscheinlich jetzt in der Pandemie ziemlich stark, ne? In der Pandemie haben wir 2020, 2021 sind wir stark gewachsen. Aber ansonsten hast du in so einem saturierten Markt wie Deutschland haben wir davor oder Österreich haben wir davor immer eher so Wachstumsraten von zwei, drei Prozentpunkten gehabt. Anders ist es in Osteuropa, da sind die Wachstumsraten, da ist noch mehr, also wenn du so in Ungarn nimmst, die Volkswirtschaft wächst ja, Bruttoinlandsprodukt um 20 Prozent und entsprechend wachsen dann auch die Umsätze von uns mit. Die Menschen steigen im Einkommen und investieren in ihr Zuhause. Also deswegen so im Schnitt über ganz Obi sind wir dann im mittleren, einstelligen Bereich auf der Gesamtgruppe. Pandemie-Sondersituation. Da waren dann 20 Prozent oder so was oder 30 oder die Gruppe? Ja, das waren über 10 Prozent war das dann. Weil einfach die Menschen alle tatsächlich, wie man das so im Klischee kennt, alle losgerannt sind und haben was zu Hause gebaut und so. Die Menschen sind zu Hause geblieben, die haben was gebaut, die haben endlich mal Zeit gehabt. Die Menschen sind nicht in Urlaub gefahren, haben Urlaub zu Hause verbracht. Die Menschen haben Homeoffice und ihr Zuhause umgebaut. Also ich glaube, das ist ja das Schöne an unserer Branche. Jede Lebensphase spiegelt sich eigentlich auch in deinem Zuhause wieder. Und deswegen, wir haben auch als einer unserer Core Beliefs ist, my home is my castle und da entstehen eben ganz viele emotionale Bedürfnisse aus Kunden raus. Und deswegen nehmen wir viele solcher Phasen irgendwie ganz gut mit. Was gibt denn ein typischer Deutscher im Jahr bei Obi aus? Also im Baumarkt, wenn du den GFK-Zahlen hier glauben schenken darfst, gibt der 650 Euro im Jahr aus. Und das ist jetzt genau die Kunst, wie viel davon gibt der bei Obi aus. Und da kann ich dir, wenn ich jetzt die alten Zahlen genommen hätte und gesagt hätte, er kauft sechs mal im Jahr ein bei so einem Durchschnittsbon zwischen 35, zwischen 30 und 40 Euro, bist du irgendwo bei um die 200, 250 Euro, das mit unserem Hey-Obi-Kunden wissen wir es natürlich genauer. Und da wissen wir auch, dass wir eher mal 100, 200 Euro mehr die Kunden bei uns ausgeben. Und das ist eben auch dann wiederum ein Stück von Kundenbindung, Customer Lifetime Value, den wir da jetzt schon sehen. Und dann sehen wir auch, dass Kunden, die eben stationär und online kaufen und noch mehr in der App interagieren, dann wiederum auch mehr ausgeben. Also die Kunden, die mehr als 50 Kontakte hatten, ich hatte ja gerade die durchschnittlichen 50 Kontakte gesagt, die kaufen dann entsprechend auch mehr bei Obi als die, die weniger als 20 Kontakte haben. Also da sehen wir dann schon, die kaufen online und stationär, aber deutlich mehr stationär. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie das Hauptargument auch für Baumärkte häufig ist, wie nah ist der Baumarkt? Ist auch so. Also deswegen ist Obi auch in Deutschland, wir haben 350 Märkte, wir haben die meisten Märkte und deswegen sind wir auch die bekannteste Marke und haben auch den größten Umsatz, weil eben entsprechend Nähe da ganz entscheidend ist. Und das heißt, da kann man sich dann auch nicht gegen differenzieren. Wenn dann jemand an den Hagebaumarkt kommt, baut direkt neben euch eine Filiale auf, dann ist es blöd. Das ist immer blöd, ja. Aber passiert. Aber passiert. Ja, jetzt ein bisschen weniger. Die Dynamik ist dann in Deutschland ein bisschen raus. Wir haben viele Baumärkte und auch viele unterschiedliche Baumärkte. Deswegen ist die Dynamik da ein bisschen weniger geworden. Aber in anderen Ländern ist die noch durchaus höher. Also wie das früher mit den Bäckereien war, man sagt, okay, da ist ein Baumarkt oder eine Bäckerei, die gut läuft. Ist ja prima, baue ich einen daneben, dann wird sie auch nicht so schlecht laufen. Ja, gibt es auch. Es ist ja generell interessant, ich stolper immer wieder über neue Baumarktketten, denen teilweise nur so fünf oder zehn. Also neben den großen Playern gibt es auch wirklich einen relativ tiefen Markt, wenn so regionale Ketten oder lokale Ketten auch noch sind. Und es scheint ja für viele ein gutes Geschäft zu sein. Ja, ist nach wie vor sehr fragmentiert in Deutschland. Das ist auch durchaus ein Unterschied zu anderen Ländern. Also wenn du nach Frankreich guckst, nach England guckst, sind die Märkte schon deutlich konzentrierter. Das ist jetzt selbst auf den großen Ketten. Aber du hast dann auch nach wie vor auch viele kleinere lokale Player, weil gerade eben rund um das Thema Baustoffe ist eben der Transport von Artikeln teuer, wenn du jetzt Schüttgüter und sowas dir anschaust. Und deswegen gibt es da durchaus auch lokale Überlebenschancen. Bei euch ist ja so, ein Teil der Märkte gehören euch und ein Teil der Märkte gehören Franchise-Partner, ne? Ja, so sind wir groß geworden damals. Das war Teil dieser Wachstumsstrategie, dass er dann eben mit weniger Investments schneller wachsen konnte, weil lokales Unternehmertum sozusagen akquiriert wurde. Und findest du die Franchise-Partner denn gut, wenn ihr jetzt sozusagen diese ganzen zusätzlichen Online-Angebote macht, weil das kostet im Zweifel dir Umsatz? Ja, also am Anfang waren sie das nicht so gut, genau aus dem Argument, das du genannt hast. Ich glaube, mittlerweile haben unsere Franchise-Partner schon auch verstanden, dass 50 Prozent unserer Kunden, bevor die in den Markt gehen, sind die bei uns auf der OBDE und beschäftigen sich mit dem Artikel. Ist er verfügbar? Was brauche ich? Wie ich gesagt habe, das ist ja nicht wie ein Supermarkt, wo du sagst, ich gehe da einfach hin und während des Einkaufens überlege ich, was ich eigentlich essen will oder brauche. Das reicht ja. Bei uns im Baumarkt ist das ein bisschen komplizierter und schwieriger. Da hast du entweder vergessen, wie groß waren die Maße zu Hause und so. Du hast schon ein bisschen Vorbereitung immer und deswegen haben wir diese 50-Prozent-Anteil und von dem profitieren ja auch die Franchise-Partner. Also deswegen sind die, glaube ich, erst mal froh, dass wir mittlerweile auch digital die meistbesuchteste Website sind, die du rund um Zuhause und Garten hast. Nur Ikea vor uns. Und Pinterest oder so vielleicht? Ja, okay. Pinterest, aber ich bin jetzt nicht die, ja, das sicherlich. Also die werden noch besuchter sein. Die sind halt gut für Inspiration. Also gerade, wenn du sagen willst, wie will ich was, was für Ideen habe ich. Das ist sicherlich auch Pinterest. Da ist gerade, da sehen wir es dann eher auf Kundengruppen, dass sich eben Jüngere dann eben auch tatsächlich über Pinterest informieren. Andere nehmen dann noch, informieren sich tatsächlich auch noch im Baumarkt, eher Ältere. Jüngere sind dann auf Pinterest. Aber da haben sich die Franchise-Partner dann auch verstanden, dass das für sie auch notwendig ist. Und in der Zukunft werden wir denen auch, sie noch besser integrieren müssen in diese ganze digitale Welt, die wir schaffen. Aber HeyObi-App machen die auch alle eifrig mit. Wir haben ein Beratungscenter gebaut. Das ist Technologie, wo wir unsere Mitarbeiter auch in diese digitale Welt integrieren wollen. Also das, was ich vorher erzählt habe, wenn der eine Planung macht von der Terrasse, dass diese Information danach auch in der App erscheint. Da haben wir auch für die Mitarbeiter in den Märkten die Technologie geschaffen, dass der auch von seinem Arbeitsplatz im Store dann die Videotelefonie machen kann. Und das haben wir auch den Franchise-Partnern zur Verfügung gestellt, diese Technologie, damit die da, also die profitieren schon auch von diesen ganzen Bestrebungen. Habt ihr euch mal überlegt, auch wirklich so Content-Seiten selber zu kaufen? Also ich meine, ich habe das selber auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder beobachtet oder auch darüber gesprochen, dass amerikanische Firmen teilweise dann oder es gibt auch deutsche Beispiele im Musikbereich, Thomann oder sowas, die dann hingehen und sagen, wir kaufen selber Content-Websites zu oder Redaktionen zu, die halt genau sowas machen. Also war das bei euch eine Überlegung? Ja, also wir haben auch eine eigene Content-Seite gebaut. Ich stotter, ich bin gerade ein bisschen langsamer, weil ich gerade überlege, wie sie heißt. Aber da haben wir sehr, sehr viel Content erstellt und das erhöht auch unseren SEO-Traffic-Anteil stark und macht auch unsere Sichtbarkeit einfach gut für gewisse Themen. Das ist total wichtig, was du sagst mit dem Content. Was wir noch gemacht haben, ist, wir haben Partnerschaften. Zum Beispiel auch mein Homebook haben wir eine Zeit lang auch als Partner begleitet. Wir haben auch mit Mein Schöner Garten, also wir haben da unterschiedliche Kooperationen dann mit Publishern auch. Jetzt wo Gunnar ein Jahr da gerade Probleme hat, könnte man doch irgendwie so ein schöner Wohnen oder so kaufen, so ein Magazin oder sowas. Auch das gebe ich gerne mal weiter nochmal, dass wir das nochmal prüfen, wenn da die Preise fallen, ob wir da dann einen Deal machen können. Du hast ja vielleicht auch noch Kontakte. Ja, 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 also wenn du sagst, okay, ich will so ein schöner Wohnen oder so Häuser, heißt ja auch eine Zeitschrift von Gunnar. Ich dachte jetzt, wirklich egal ist es. Nein, absolut, also dieses Content-Thema ist total relevant, wie wir diese Themen besetzen und wie die Menschen sich informieren, das ist für uns absolut zentral. Also so ein Magazin, macht ihr viel Paid-Appetizing? Ich würde immer noch sagen, dass wir immer noch relativ viel ausgeben. Also Google kann sich nicht beschweren, aber wir haben, wie gesagt, durchaus auch eine Menge an Direct-Traffic, weil Obi eben bekannt ist und auch SEO. Also wir sind da schon im Paid, das ist weniger als 25 Prozent. Okay, und wenn ihr dann Paid, dann macht ihr halt vor allen Dingen irgendwelche Google-Kampagnen. Also nicht jetzt so, dass ihr, weiß ich nicht, Sportsponsoring oder Fernsehwerbung oder sowas? Ne, ist vor allem Google, aber wir haben, also Sponsoring machen wir auch wenig. Wir haben früher mal Sponsoring gemacht, WM 2006 war Obi-Sponsor. Das haben wir danach komplett eingestellt, auch wenn eigentlich Sport und Obi ganz gut zusammenpassen. Und ja. Ihr habt ja schon diesen ikonischen Biber, also den kennt man schon. Ich meine, ich müsste das aus der Fernseherwerbung kennen, oder? Ja, du kennst den Obi-Biber aus der Fernseherwerbung, absolut. Und du wirst ihn auch zukünftig dort nicht vermissen. Das ist ein absolut ikonisches Merkmal unserer Marke. Den gibt es auch in jedem Obi-Markt im Übrigen. Jeder Obi-Markt hat ein Biber-Kostüm. Also da kann sich immer jemand reinstellen und unsere Kunden glücklich machen. Also Fernseherwerbung ist dann doch noch ein Thema? Ja, absolut. Fernseherwerbung ist ein Thema. Haben wir schon immer gemacht und wird auch zukünftig weiterhin Teil bleiben unseres Media-Mixes. Aber natürlich auch sonst Bewegtbild in den ganzen anderen Streaming-Anbietern. Es ist ja eigentlich ganz witzig, weil ja viele Firmen, die so eine lange Heritage haben, wie jetzt Obi, haben ja dann irgendwann ihre Testimonials oder wie soll man sagen, ihre Maskottchen oder ihre Werbefiguren gewechselt. Also ich weiß noch, früher, da gab es irgendwie Onkel Dittmeier und so viele andere, ja, irgendwie ikonische Werbeideen. Und eigentlich wurden die alle eingestellt. Und jetzt gibt es nur noch irgendwie, ich glaube, vor kurzem hat mir mal der Herr Grupp erzählt, bei Trigema gibt es noch immer. Habe ich gehört, die Folge, ja, mit dem Affen. Genau, den Affen gibt es noch. Aber und euren Biber gibt es auch noch. Also ansonsten haben alle das sich verabschiedet. Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, sich von denen zu verabschieden. Und wir haben den Biber auch eine Zeit lang ein bisschen runtergefahren. Aber wenn wir dann mal wieder unsere Markenwerte untersucht haben und uns mit der Marke beschäftigt haben, und das haben wir in dem letzten halben Jahr, Jahr, habe ich das sehr intensiv gemacht, dann gehört zu Obi die drei Buchstaben Orange und der Biber. Und am Ende, wenn du mit dem Biber so viel mehr und schneller kommunizieren kannst, als mit ganz viel Text und auch das Ganze noch mit der emotionalen Grundstimmung, die die Marke Obi mitschwingt, nämlich sympathisch, nahbar, anfassbar, aber auch so ein bisschen eine Machermentalität, dann ist das ja perfekt. Also deswegen werden wir den Obi-Biber auf keinen Fall, den werden wir eher mehr sehen als weniger. Okay. Lass uns noch ein bisschen über diese Franchise-Partner sprechen, weil ich finde, das haben wir auch noch eigentlich viel zu selten diskutiert. Euer größter Franchise-Partner, wie viele Märkte hat der? Der größte Franchise-Partner hat 15 Märkte. Und ist das dann für den wahrscheinlich oder logischerweise auch ein Millionen-Business, ne? Für den ist das ein Millionen-Business, ja. Also man kann auch, wenn man so einen Obi-Markt betreibt, kann man auch mit einem Millionär werden? Ja, also wenn du eine gute Lage hast und den gut betreibst, kannst du damit auch reich werden. Absolut. Also was macht einen so ein Markt, also jetzt nochmal so ein durchschnittlicher Markt? Ein durchschnittlicher Markt macht 10 Millionen Euro Umsatz. Und dann bleiben davon eine Million hängen oder sowas? In sehr guten Märkten, ja. Und unsere Franchise-Partner haben davon ein paar, ein paar davon gibt es, die sehr gute Märkte machen. Und die sind einfach auch lokale Unternehmer, das darfst du nicht unterschätzen. Ich meine, das sind 10 Millionen Umsatz, so ein typischer Markt, 8.500 Quadratmeter, so ein durchschnittlicher. 60 Mitarbeiter, das ist ja nicht irgendwie so eine Filiale, wie irgendwie, ich will es keine anderen Händler nennen, aber wo du einfach nur so ein Sortiment reinstellst, 500 Quadratmeter hast, eine Kasse hast und gut ist. Also die 60 Mitarbeiter, du hast einen Wareneingang, Verräumen, du hast eine ganze Menge auch an Beratungsgeschäft und an Bestand, der da liegt, auch an Kapital, das da liegt, das du richtig managen musst. Und deswegen sind diese lokalen Unternehmer durchaus auch eine große Innovationskraft und auch ein Motor von so einer unternehmerischen Entwicklung. Ist denn euer Plan davon noch mehr zu haben? Eine ganze Zeit lang haben wir keine mehr gehabt, also sind in den letzten 20 Jahren dort nicht mehr gewachsen mit Franchising. Aber in unserer zukünftigen Strategie gehört Franchising ganz fest dazu, weil ich stark daran glaube, dass wir unsere Ziele, die wir haben mit Wachstumsambitionen, auch eben entsprechend mit Partnern besser hinbekommen, als alles allein zu machen. Also ich glaube, die Welt ist so kompliziert geworden da draußen, deswegen gehen wir aktiv auf Partnerschaften und Franchise-Partner ist das, was wir von Anfang an eigentlich gelernt haben, was in der DNA von Obi steckt und deswegen werden wir da auch sehr stark daran festhalten. Aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, auf so einem Baumarkt hätte ich auch Bock. Dann kann er sich gerne melden. Aber wahrscheinlich dann eher irgendwo in Osteuropa als in Deutschland. Ja, aber auch in Deutschland, ich habe ja gesagt, es ist ein sehr fragmentierter Markt und wenn wir, wenn man denen noch ein paar mehr von den Fragmenten unter Obi firmieren, dann ist das ja auch nicht das Schlechteste. Ich meine, ihr habt ja angefangen in Hamburg, ne? Poppenbüttel war mal der erste Markt. Das war der erste Markt, ja, 1970. Und wie ist dann der Weg gewesen nach Poppenbüttel, ausgerechnet Wermelskirchen? Ja, Wermelskirchen ist so die Heimwerkerhauptstadt. Wirklich? Ja, ja, das unterschätzt man immer, wenn man da durch Wermelskirchen, da wird auch viel… Das ist bei Köln ernähren, ne? Das ist bei Köln ernähren, bergisches Land zwischen Köln und Dortmund, an der A1 gelegen. Und da gibt es auch eine ganze Menge an Herstellern für Handwerkzeuge. Kommt da stark aus der Gegend. Wermelskirchen, Remscheid, Solingen aus diesem Gebiet. Und da saß auch damals der Werkzeughersteller Emil Lux und das war ja der Co-Gründer von dem Herrn Maus. Und das ist im entsprechenden Ursprung, warum das in Wermelskirchen beheimatet ist. Was ist eigentlich das am häufigsten verkaufte Produkt bei Obi? Also was wird der meisten rausgetragen? Das werden auf jeden Fall auch Umzugskartons sein, aber auch so Themen wie Pflastersteine. Also davon, wovon du viele brauchst und viele Einzelartikel und jetzt nicht die zigtausend Auswahl hast. Also so, ja, Pflasterstein wahrscheinlich. Okay, okay. Umzugskarton auch, wenn es nicht so viele unterschiedliche Größen gäbe. Macht ihr viele Eigenmarken eigentlich bei euch mittlerweile? Ja, also Eigenmarken machen 30 Prozent vom Umsatz aus. Das ist schon ein großer Bestandteil unseres Geschäfts und ja, wird es auch. Ist es dann so ein bisschen so Amazon-artig, dass ihr euch schon anguckt, was läuft gut? Und dann, wenn das besonders attraktiv ist, dann baut man da was Eigenes zusammen und dass man da sozusagen die Marge in Haus behält? Ja, aber das ist jetzt natürlich so, das Baumarktsortiment ist ja nicht so dynamisch, wie du jetzt andere Sortimente kriegst, zum Beispiel bei Klamotten, wo du dann Trends hast, sondern das ist ja schon eher ein stetiges Sortiment, wo du eigentlich auch so die Margen kennst, wo du weißt, was gibt es für Brands oder wo gibt es eben auch kaum Brands. Es gibt ja nicht so viele bekannte Marken im Baumarktsegment und deswegen ist das eher eine langfristigere Sache, an welchen Stellen du dann dich für Eigenmarken entscheidest, in der Regel neben die Marke oder wo es eben keine Marken gibt, auch teilweise dann Preiseinstiegspunkte besetzen möchtest. Was gibt es da für Produkte, die ja sozusagen selber auch dann… Also bei Gartenmöbeln haben wir Eigenmarken, wir haben aber auch Eigenmarken bei, wenn du jetzt bei Farbe, wir haben auch Eigenmarken bei Farbenzubehör, also eigentlich kannst du sehr, sehr breit durch Sortiment gehen, wo wir auch Eigenmarken anbieten. Auch bei, wie heißt das, elektrische Maschinen, gibt es einen Bosch-Bohrer, aber es gibt auch einen Lux-Bohrer. Ist es eigentlich bei euch genauso, wie man das aus dem Lebensmittel-Einzelhandel ab und zu so kolportiert bekommt, dass da dann der Hardcore-Einkäufer sagt irgendwie, okay, liebe, weiß ich nicht, Nutella oder liebe Haribo oder was immer es ist, wir müssen hier leider vom Preis nochmal runter und wir müssen nochmal runter und da so die ganz harten Verhandlungsrunden. Ist es bei euch auch so, dass da bei euch, dass du auch Einkaufskollegen hast, die dann auch irgendwie immer wirklich da härteste Kämpfe austragen? Also so höre ich das immer mit irgendwelchen Lieferanten und… Ja, so höre ich das auch immer und ich bin nicht selber, da habe ich keine Einkaufsverhandlungen geführt. Gut. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir auch tatsächlich auch dieses ganze Thema partnerschaftlich angehen wollen. Also das ist auch gerade so ein, das Thema Kulturwandel beschäftigt uns durchaus auch bei OBI mit so über 50 Jahren und da hast du, bringst du auch so ein paar unterschiedliche Sachen mit. Und so wie wir unsere Kunden befähigen wollen, wollen wir eben auch, wie ich es gerade gesagt habe, viele der Themen und Ziele, die wir vorhaben, wollen wir partnerschaftlich, ob mit Franchise-Partnern oder auch mit anderen Partnern in der Zukunft bewerkstelligen. Und so stelle ich mir eigentlich auch die Zusammenarbeit mit den Lieferanten vor. Aber klar ist es so, wenn die Preise hochgehen, dann sagen wir, nee, Preise können nicht hochgehen, sonst gehen die Preise für unsere Kunden hoch. Und da entsteht natürlich auch ein Spannungsfeld, das, glaube ich, ganz normal ist im Geschäft, solange man das fair und transparent und irgendwie auf rationalen Grundlagen führt, gehört das dazu. Also generell hat man das Gefühl, wenn man auf eure Website draufgeht, da sind schon so viele sehr moderne Elemente drauf. Also die Kommunikation, dieser ganze Service-Gedanke, aber auch, es gibt zum Beispiel, das hat mich an Zalando erinnert, so Markenshops. Also wenn man dann so ein bisschen scrollt, dann klickt man auf irgendwelche Marken von euch und dann haben die sozusagen unter Obi ihre eigenen Shops. Also dann kann man da irgendwelche Leuchten oder Lampen oder so nochmal von einem Hersteller separat. Ja, das haben wir gemacht, weil wir eben, also unser Ziel ist es gar nicht, irgendwie unser Private-Label-Geschäft auszubauen, sondern wir wollen eben ganz bewusst auch unseren Marken den Raum geben, sich unseren Kunden zu präsentieren. Also so sehen wir auch unsere Rolle. Also Plattform. Ja, wir haben den Zugang zu den Kunden, wir verstehen die Kunden immer besser. Ich habe es ja gesagt, auf den 4 Millionen Kunden verstehen wir die Kunden sehr gut. Und dieses Wissen teilen wir gerne mit unseren Lieferanten, dass die noch bessere Sortimente und Angebote für unsere Kunden machen können. Und da haben wir auch gesagt, auf unserer Website bieten wir euch auch gerne die Möglichkeit, dass ihr sozusagen einen Markenshop eröffnet, um euer Sortiment noch stärker in eurer Marke wahrnehmen zu lassen. Kostet das den Kunden was? Das kostet den Kunden was. Wenn sie so einen Markenshop machen, kostet das. Das ist ein Teil unserer Obi-First Media Group. Das ist unser Retail-Media-Geschäft. Das haben wir jetzt vor vier Jahren gestartet, unter anderem mit genau solchen Markenshops. Und da sind die auch sehr zufrieden. Also wenn der Kunde dann nach Marke sucht oder dann sich im Markenshop bewegt, dann hast du natürlich ein bisschen raus aus der reinen Produktvergleichbarkeit und kannst auch deine Marke besser spielen. Und das ist für einige unserer Lieferanten auch durchaus interessant. Ist das so das größte Angebot, das ihr im Retail-Media-Bereich macht? Also Markenshops oder da gibt es noch andere? Aktuell noch ja, aber da sind wir natürlich auch am Ausbau dieses Geschäfts. Und da können auch andere marketingtechnische Dinge dazukommen, wie so welche Artikel spielst du dann aus im Suchalgorithmus oder auch unsere ganzen Kundeninsights. Das ist ja für Hersteller auch wahnsinnig spannend. Die geben ja relativ viel Geld aus, um Marktforschung zu machen. Und wir können eigentlich genau sagen, die und die Kunden haben einen Bosch, einen Kärcher oder sonst was zu Hause. Und deswegen haben die da und da Interesse oder leben so und so oder kaufen die und die weiteren Artikel. Oder da kannst du die Kampagne für die fahren und buchen. Das sind natürlich auch alles Möglichkeiten, die wir dann auch noch am Ausbauen sind. Aber die müssen wir auch noch technologisch noch besser sozusagen automatisierbarer hinbekommen. Wie ist denn dein Weg gewesen? Ich meine, jetzt bist du 44, ist jetzt noch gar nicht so alt. Also ich bin da auch bald. Aber du bist jetzt Chef von OBI. Also ich meine, das ist ja vollständig angefangen. Was war so deine Secret oder Magic Source, so eine Karriere da zu machen? Also gab es einen Mentor oder einfach irgendwie, was war so der Weg, den du da hattest? Ja, also ich glaube, Glück muss man auf jeden Fall auch immer ein Stückchen haben, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Ich glaube, ich habe am Anfang auch gut zugehört und versucht, OBI gut zu verstehen. Und dann hat mich irgendwann die Leidenschaft gepackt, wie ganz viele Leute bei OBI die Leidenschaft gepackt hat. Und dann hast du irgendwann so ein Gefühl, hey, eigentlich ist hier mehr möglich. Und dann hat mich diese Mission, die wir eigentlich uns jetzt auch tatsächlich in die Strategie reingeschrieben haben, we enable you to create your home and garden, die hat mich dann angetrieben, habe gesagt, und das ist eigentlich auch der Teil dieses Gesprächs, das wir jetzt hatten, da ist eigentlich viel mehr möglich, als nur Produkte kaufen. Und irgendwie hat mich das von einer Aufgabe zur nächsten gebracht. Und dann habe ich die eigentlich, glaube ich, in der Regel ganz vernünftig auch gemacht. Habe aber auch immer viel gemacht. Hast du aber Märkte gemanagt? Ich habe auch mal Märkte gemanagt. Das war, glaube ich, auch so mit die größte Lernkurve. Neben der, als wir dann OBI Next gestartet haben, bin ich auch verantwortlich gewesen für das Land Österreich. Und in Österreich haben wir einen Marktanteil von 35 Prozent, ungefähr 700 Millionen Euro Umsatz. Und hatten kurz davor einen Baumax, das war so ein lokaler Player, der dann es nicht geschafft hatte. Den haben wir viele Filialen davon übernommen, 40 Stück. Und ein Jahr nach dieser Integration habe ich dann das Land übernommen. Und da bin ich dann auch tatsächlich operativ für die Märkte mit verantwortlich gewesen. Und das war auch eine super, super Lernkurve, weil da ist unser Zugang zum Kunden. Da entsteht, ja, da liegt unsere Ware, da liegen unsere Märkte, da ist der Kundenkontakt. Sag mal so die absurdesten Momente. Ich stelle mir vor, wenn man so einen Baumarkt betreibt, da passieren auch viele merkwürdige Dinge. Oder man wundert sich, wer da alles was kauft. Oder auf jeden Fall hat man eine Reihe von Erlebnissen, stelle ich mir zumindest so vor, die man so sich eigentlich als normalen Menschen nicht vorstellen kann. Und die man zumindest nicht erwartet. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da, ja, also da habe ich eine andere Anekdote, die ich, glaube ich, besser passend finde. Und zwar, als ich da angefangen habe, jetzt musst du wissen, in so einem Baumarktvertrieb, da geht es viel um Warenplatzierung. Also da stehen ja dann immer im Mittelgang die palettenweise, die weiße Farbe und dann wird von rechts nach links verschoben, dann kommt die Sonne raus und dann schiebst du die Blumen vor den Eingang und so agierst du ja einfach mit der Ware. Und als ich meinen ersten Marktbesuch in Österreich hatte, jetzt muss man dazu sagen, habe ich nicht die Ausbildung, dass ich weiß, welche Ware ich wohin schiebe. Und dann bin ich in den Markt reingegangen und ich habe nur den Mitarbeitern zugehört und habe gefragt, sich fühlen, was gerade los ist, was die Kunden wollen. Und ich habe so gemerkt, dass ich denen, ich kam für die vor wie so ein Alien. Ich habe ganz andere Fragen gestellt und dann bin ich raus, war ich fertig mit meinem Marktbesuch und die waren so ganz irritiert, dass ich gar nicht Ware von rechts nach links verschoben habe, wie das eigentlich so typisch ist. Und ich glaube, da hat man dann ganz gut gesehen, was so ein Baumarkt täglich passiert, also wie eng du einfach am Machen dran bist und ständig in Bewegung bist und immer in Action bist und anpackst. Und das ist auch eine erhebliche Ablifte. Also wenn du dann die Blumen nach draußen stellst, dann merkst du sofort, Ja, ich würde eher sagen, du merkst sofort, wenn du es nicht machst, dass du keinen Ablifter hast, also dass du einen Verlust hast. Also es ist schon, wir haben schon, also Wetter spielt eine Riesenrolle. Wenn man gut den Frühjahr startet, im März die Sonne rauskommt, dann ist sofort ein Ablift da. Wenn es zu heiß ist, dass nichts wächst, dann verkaufst du keinen Rasen mehr, dann verkaufst du vielleicht Bewässerung. Und das macht natürlich auch Bestandsmanagement echt herausfordernd. Also da ist schon viel von Saisonalität auch abhängig. Gibt es denn auch noch so Innovationen, jetzt unabhängig von den digitalen, also App- oder Websitesachen, die sind ja offensichtlich, dass ihr da viel macht und das ist ja auch naheliegend. Aber gibt es da so neue Kategorien, die es vorher nicht gab? Also kaufen jetzt bei euch Menschen Solaranlagen und zählen die sich selber? Oder gibt es irgendwelche anderen Innovationen, Produkten, neue Märkte, neue Konzepte? Das ist das Gebiet, in das wir rein wollen. Also ich glaube, dass wenn man jetzt mal das Zuhause und die Gärten der Kunden nicht nur aus einer Vertriebskanal-Baumarktsicht anschaut, sondern aus einer Endkundensicht anschaut und sagt, der Kunde lebt in seinem Zuhause, in seinem Garten, womit beschäftigt er sich? Und dann ist eben gerade das, was du angesprochen hast auch, wie wird mein Zuhause nachhaltiger, wie verbrauche ich weniger Energie? Der Wohnbestand in Deutschland, über 60 Prozent sind vor 1949 gebaut, also er ist wirklich alt und deswegen hast du da einen Renovierungsstau. Und da eröffnen sich dann auch neue Märkte, die du aber wahrscheinlich nicht mehr alle genauso bearbeitest, wie klassisch der Baumarkt entstanden ist. Du kaufst einen Artikel ein, stellst ihn ins Regal, der Kunde kommt hin, zieht ihn sich raus und nimmt ihn mit. Also gerade die Themen, die du angesprochen hast, ob das ein Zuhause smarter zu machen ist, ob das die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, ob das irgendwie die Bewässerungsanlage für deinen Garten ist, das sind alles Dinge, die ein bisschen komplexer sind und die nicht mehr nur ein Produkt sind, sondern schon ein Produkt und ein Produkt und eine Umsetzung, also eher über Lösungen nachdenken. Und das ist auch durchaus das Wachstumsfeld, was wir sehen, weil eigentlich ist der Markt, der Baumarkt, jetzt mal für Deutschland sprechen, ist 20 Milliarden Euro groß, aber wenn du das Zuhause und die Gärten unserer Kunden betrachtest, wird der Markt zehnmal so groß, 200 Milliarden. Und wenn du dann die Kunden fragst, ja und wer könnte jetzt dein Partner sein für deinen Photovoltaik auf dem Dach, dann hast du ja keine Marke heute, hast du ja keinen Anbieter. Und dann denken die Kunden schon gerne auch mal an Obi, weil wir eben seit vielen Jahren präsent sind in ihrem Zuhause. Und das ist auch durchaus dann das Gebiet, in das wir, wo wir sagen, da haben wir auch Zukunftsmärkte. Also das heißt, dann auch noch mehr Service mit neuen Produkten und am Ende auch einer anderen Personalstruktur, weil ich meine, dass ja niemand da eine Photovoltaikanlage installieren kann, das kann der Kunde ja nicht unbedingt selber. Absolut. Und da auch wieder, ich meine, wir haben es bei den Franchise-Partnern vorgemacht, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten können, die vielleicht dann lokal das eine oder andere besser machen können als wir. Und so kann man sich das eben für andere Dienstleistungen und Services eben auch vorstellen. Also vor einer Weile war mal hier der Mario von Enpal da oder der Philipp von 1,5 Grad oder so. Das heißt, das sind so Leute, die tendenziell auch... Mit den Enpal sind wir auch in Kontakt und haben wir auch gesprochen, ja. Also okay, ganz konkret zu überlegen, ist das vertrieblich irgendwie eine Partnerschaft, die man gehen kann? Ja. Okay. Wie ist denn dein Blick auf QuickCommerce? Also ich habe gesehen, es gab jetzt so ein Projekt, das ihr auch so Gorillas-artig zuliefern wollt. Hier in Hamburg haben wir einen Pilot gemacht, der das wahrscheinlich mitgekriegt hat. Ja, also auf jeden Fall war mein Blick drauf, besser mal mit einem Partner zu machen, als sich da selbst dran zu versuchen. Ja, ich glaube, das sind Dinge, da sagen wir, wir haben eine Innovationseinheit mit OBI, mit Squared, wo wir genau solche Themen verstehen, wo wir Venture-Partnerschaften eingehen, um eben dann zu verstehen, wie funktionieren Dinge. Und ich glaube, für uns QuickCommerce zu verstehen, ich glaube, den Use-Case kannst du schon ganz gut beschreiben. Du stehst gerade auf einer Baustelle, musst gerade was machen und dann geht dir die Tube leer oder da fehlt dir genau das und dann willst du es schnell da haben. Das ist schon was, was ein relevanter Use-Case ist. Und deswegen haben wir das gestartet und um es zu verstehen, aber es ist bisher jetzt noch nicht so, dass wir sagen, da müssen wir morgen einsteigen und das selber machen. Okay, aber bist du wahrscheinlich bei diesem, Lieferdienste sind ja auch wirklich eine sehr kapitalintensive Kiste, ne? Ja, also wir brauchen unser Kapital für unseren technologischen Umbau. Da haben wir eine Menge vor und suchen viele Leute und investieren auch viel. Und das sind die Dinge, wo wir, und dann müssen wir in unsere Märkte investieren, dass die frisch bleiben. Also wir haben viele andere Investitionsfelder, deswegen jetzt QuickCommerce noch zusätzlich zu investieren, da muss ich priorisieren. Manchmal gönnt ihr euch jetzt auch so Kommunikationsmomente, ist mir aufgefallen, rund um Feuerwerk. Also ihr habt irgendwann ganz bewusst kommuniziert, dass ihr in euren Märkten zumindest, also wo ihr das selber entscheiden könnt, kein Feuerwerk mehr verkauft. Also irgendwo zeitgemäß. Die Franchise-Partner haben das dann zum Teil, glaube ich, trotzdem gemacht oder haben das anders entschieden. Wie kommt sowas? Dass wir entscheiden, dass wir das nicht... Ja, ja, ja. Ja, also wir sind, es gibt schon so ein paar Sachen. Ich meine, die Diskussion um Feuerwerk, die hast du ja, die hat ja jeder mitbekommen und über die Wirkung von Feuerwerk für unsere Umwelt. Und entsprechend, wir als OBI, wir haben ja auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, bei der, ich sage ja 95 Prozent Markenbekanntheit, da haben wir auch eine gesellschaftliche Verpflichtung und da wollen wir da auch nachkommen. Und beim Feuerwerk ist es uns dann leicht gefallen, in der Argumentation zu sagen, da wollen wir drauf verzichten. Aber hättest du wirklich Geld gebaut? Habt ihr wirklich auf Geld verzichtet am Ende? Ja, also damit hast du schon, damit haben wir schon Umsatz gemacht. Und absolut. Und das ist dann eine unternehmerische Entscheidung, auf das zu verzichten. Und das ist, du bist dann auch sehr, jemand hat die Idee und trägt die bei dir vor und dann sagst du... Ja, da gibt es gewisse Dinge, die du... Ich meine, wir sind auch aus der Beilage ausgetreten und das ist der Handzettel, den wir verteilt haben. Da haben wir Millionen von Papier bedruckt und in die Briefkästen geschmissen und kurz darauf ist es in Mülleimer gelandet. Ich meine, so eine Beilage hat eine Öffnungsrate von weniger als 10 Prozent, bei denen die schon nicht Werbeverweigerer sind. Und da geht einfach, da haben wir uns ja auch bewusst dann dagegen entschieden, im Sommer darauf zu verzichten. Auch das ist ein Aktivierungsanstoß, der dir dann verloren geht. Und das haben wir eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen und natürlich auch aus Marketing-Effektivitätsgründen gemacht. Aber da war auch das Thema Nachhaltigkeit für uns auch ein Thema. Das heißt, ihr seht auch schon verschiedenste Stellen, wo ihr euch fragt, müssen wir unser Unternehmen nicht noch zeitgemäßer positionieren? Absolut. Also ich glaube, wir sind da gar nicht, wir haben da noch einen weiten Weg vor uns, aber der Aufgabe stellen wir uns auch. Und wie ist dann die Kommunikation mit den Franchise-Partnern, die sagen, das sehen wir anders, das wollen wir trotzdem weiter verkaufen, weil für die ist es halt ein zweifelbares Geld und das wollen sie nicht aufgeben? Ja, also wir versuchen natürlich, den Franchise-Partnern unsere Argumentation nahezubringen und der Großteil der Franchise-Partner zieht da ja auch mit. Also ich glaube, das sind dann immer so Einzelfälle, die dann natürlich medial irgendwie dann nochmal eine größere Aufmerksamkeit bekommen. Aber der Großteil der Franchise-Partner geht da auch mit bei den Wegen. Aber am Ende sind sie auch selbstständige Unternehmer und das ist ja an vielen Stellen auch von Vorteil. Und klar, wäre es schöner, wenn dann jeder dieser Logik folgt. Aber ja, sind dann am Ende, wie gesagt, auch selbstständig. Machst du dir ein bisschen Sorgen über die nächsten Monate oder Jahre, dass bei euch jetzt, also A, wurde vielleicht viel Konsum vorgezogen, also sozusagen die ganzen Baumarktkäufe der letzten Jahre, dass die jetzt schon stattgefunden haben und in Zukunft dadurch ein bisschen weniger werden und dann halt noch die Rezession, die da irgendwie über uns schwebt. Also kommen da jetzt harte Jahre auf euch zu? Ja, also zumindest allein mal, ich weiß gar nicht, wie weit ich ins Vorausdenke, aber allein das Jahr 2023 ist jetzt nicht das beste Jahr, in dem alles zusammenkommt, wie du es gerade gesagt hast, aus dem Corona-Peak kommt. Ich glaube, jeder hat seinen zweiten Grill gekauft und hat auch den einen oder anderen Urlaub schon zu Hause verlebt und hat jetzt dann vielleicht auch eher wieder Lust, woanders Urlaub zu machen, wenn überhaupt der Geldbeutel es hergibt, weil jetzt kommt dann noch, wie du sagst, die Inflation dazu und die Kaufzurückhaltung und das spüren wir natürlich auch. Also ich glaube, das sind jetzt schon eher weniger attraktive Monate, die die vor uns stehen und umso wichtiger ist es aber auch, dass wir jetzt in so einer Phase dann eben an unserem Veränderungsprozess weitermachen und nicht innehalten, weil es zeigt ja eben auch, wie sich Märkte wieder verändern und wie sich Nachfrageverhalten verändert und dann müssen wir entsprechend auch da sein, an unseren Kunden dranbleiben. Wie viele Kunden jetzt unabhängig von der App habt ihr so, sagen wir mal, in einem normalen Monat, also Touchpoints habt ihr? Vier Millionen, sagst du ja über die App im Jahr möglicherweise, aber… Ja, ist schwierig für mich so zu beantworten, weil wir ja, wie gesagt, keine Kunden eins zu eins messen können. Also der Kunde kauft ja anonym ein, wenn er im OB-Markt einkauft, aber wir haben über 10 Millionen Kunden, die bei uns im Jahr kaufen, zwischen 10 und 15 Millionen werden das sein und wir haben über 100 Millionen Tickets, die wir absetzen. Auf der Webseite in Deutschland haben wir über 250 Millionen Visitors. Also ist schon eine Menge, die wir da bewegen. Das ist ja auch ein ganz guter Proxy, was in der Gesellschaft passiert. Also merkst du da so bestimmte Veränderungen, wo du sagst, das ist eigentlich noch zu wenig kommuniziert. Also zum Beispiel vor ein paar Wochen war ich bei einer Veranstaltung, da hat der Chef von Rewe erzählt, dass er schon sehr stark spürt, dass jetzt Menschen auf Discounts viel mehr gehen, als es noch vor einem Jahr der Fall war zum Beispiel. Also das sehen wir auch. Wir sehen dann, wenn du Idealo, Preissuchmaschinen, wenn da mehr der Traffic herkommt oder andere sowas sehen wir. Wir sehen, wenn die Menschen anfangen, eben Preiseinstieg eher zu kaufen, anstatt Marken zu kaufen. Wir sehen, wenn die Kunden anfangen, wenn so Krisen hervorkommen, dann gehen die vor und beraten sich vor. Stromgeneratoren wurden dann ganz viele gekauft. Wer sagt, wer weiß, ob es einen großen Stromausfall gibt und so weiter. Solche Dinge und so das Sentiment siehst du schon ganz gut da drin. Aber wir befragen auch regelmäßig unsere Kunden nach ihrem Sentiment, weil eben, dass eben, ja, als Händler bist, dann musst du da nah dran sein, dass du verstehst, wie werden die nächsten Monate, was beschäftigt die Kunden. Und vor zwei, drei Jahren ging es darum, das Zuhause schön zu machen und jetzt geht es darum, auch die effizienter zu machen oder vielleicht mich mal einen Handwerker zu rufen, sondern Sachen wieder selber zu reparieren, weil der Handwerker halt teuer, relativ teuer ist oder auch ausgebucht ist. Und dann macht man wieder selber eher die Reparaturen und Standhaltungen. Sowas sehen wir schon relativ zügig. Ist die Quote an Preppern in Deutschland stark gestiegen? Da gab es schon erstaunliche Umsatzzuwächse. Erzähl mal, welche Kategorie? Also gerade das ganze Thema Gas, also Gasflaschen, dann auch das Thema Stromgeneratoren. Ja, also, oder jetzt auch, was wir in Hamburg zum Beispiel auch, wo wir hier sind, auch gerade ganz extrem ist, ist das ganze Thema Schimmel, weil jetzt nicht mehr so viel gelüftet wird, um die Temperatur im Haus zu lassen. Dann hast du plötzlich viel mehr Schimmelbefall. Das seht ihr dann? Das siehst du dann, ja. Und dann, wenn Schimmel ist, dann musst du danach wieder die Wand streichen und so weiter und so fort. Krass, das ist ja erstaunlich, dass man sofort dann diese... Ja, ich würde mir wünschen, wir könnten es noch besser eigentlich auch wieder kommunikativ nutzen, um die Kunden noch besser dann zu führen, wenn wir solche Dinge erkennen. Da müssen wir noch ein bisschen besser werden, weil du siehst die Dinge eigentlich, du verstehst sie und sie dann für den Kunden zu übersetzen, auch für die, die es nicht selber aktiv werden, sondern die du dann irgendwie damit auch ansprechen kannst. Ich glaube, das können wir eigentlich auch noch wirklich besser machen. Gibt es irgendwelche Marken oder irgendwelche Handelskonzepte, die dich besonders beeindrucken, wo du sagst, die machen das wirklich sehr gut, auch gerade so in dieser Online-Offline-Welt, die du ja auch bei euch irgendwie immer mehr anschaust, offensichtlich irgendwas, was du wieder inspirierend findest, irgendwie, weiß ich nicht, von USA, Walmart, oder gibt es irgendjemanden, wo du sagst, die machen das gut und das guckst du dir intensiver an? Es gibt immer so Elemente. Also, was ich zum Beispiel, das Element, was ich sehr gut finde, ist, wie der Apple in seinem Store, mit dem, die Beratung an einem bestimmten Fleck zu haben und da dann auch mit einer absoluten Kundenorientierung da zu sein, finde ich bei Apple schon immer, immer beeindruckend. Und wenn du dann wiederum den Obi-Mark siehst, mit unseren 10.000 Quadratmeter, das werden wir in der Breite nicht hinschaffen, aber vielleicht schaffen wir es an bestimmten Orten, diese Qualität hinzubekommen. Und dann auch für den Kunden das Verständnis, an diesem Ort wird dir immer geholfen und dann wirst du immer beraten, weil du ja immer gegen dieses Image kämpfst. Im Baumarkt findest du keinen Verkäufer und dir wird nicht geholfen. Und wir wissen halt auch aus unseren Analysen, wie viel zufriedener Kunden den Baumarkt verlassen und wie viel zufriedener Kunden mit Obi sind, wenn sie beraten wurden und mit unseren Mitarbeitern in Kontakt sind. Also, wenn sie mit den Mitarbeitern in Kontakt sind, ist es ein Riesenasset. Und wie wir das noch besser hinkriegen können, ich glaube, da suche ich immer nach Inspiration. Ja, ich glaube, dieses ganze Thema Customer Lifetime Value kann man gerade bei den Klamotten-Retailern sich ganz gut anschauen. Also, ob es jetzt ein About You ist oder ein Zalando, ich glaube, das machen die nicht so schlecht, wie die ihre Offers auch nach Customer Lifetime Value ausrichten. Kann man auch da immer ganz gut Inspiration mal sammeln. Okay, also gibt es einen engen Austausch mit den Eigentümern bei Tengelmann? Da war ja auch viel Dynamik so in den letzten Jahren. Bist du da enger dran? Ja, klar. Also, das ist unser Haupteigentümer. Deswegen ist da ein enger Austausch da und auch ein guter Austausch. Auch die strategische Grundrichtung ist da geteilt. Ist ja wichtig, dass da absolutes Commitment herrscht in solchen wilden Zeiten, die wir gerade erleben, dass man da dann eben auch, wenn es mal, wie du es gerade beschrieben hast, in so einer Rezession auch dann mal die Umsätze nicht mehr so sprudeln, dass man trotzdem an der Strategie festhält. Deswegen ist da ein Austausch wichtig. Generell sind ja die CEOs bei Obi oder traditionell sehr lange im Amt. Also, dein Vorgänger war wie viele Jahre da? Mein Vorgänger war 20 Jahre da, ja. Also, das heißt, du hast jetzt auch schon die nächsten so 20 Jahre mental dich darauf vorbereitet, die werden soll werden? Nee, habe ich nicht. Also, ich habe mich jetzt erst mal auf ein bisschen weniger vorbereitet. Ich glaube, dass es in diesen Zeiten, die sich so stark verändern, dann ist das, glaube ich, wirklich eine, weiß ich gar nicht, ob das noch so möglich ist. Also, wenn wir in, was ist in 20 Jahren, wie sieht da die Wirtschaft aus und wie sieht da Handel aus und wie sieht Technologie da aus? Ich glaube, da muss man schon auch immer sehr eng am Zahn der Zeit bleiben. Deswegen, soweit will ich gar nicht denken. Mir reicht es, wenn ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal unsere Strategie gut umsetzen und erfolgreich am Kunden sind und unsere Ziele erreichen. Da denke ich eher so in Fünf-Jahres-Schritten. Okay, das heißt, aber es gibt da noch nur so Fünf-Jahres-Verträge oder Drei-Jahres-Verträge oder so? Wie ist das da so? Ja, es gibt Vorstandsverträge, die sind immer so zwischen drei und fünf Jahre. Okay, aber das heißt, da hat jemand ja von Tengelmann auch offensichtlich sehr an dich geglaubt und gesagt, Mensch, den Kollegen machen wir jetzt zum Chef. Ja, das ist wohl so. Also, wir haben da einen Prozess auch dann gehabt, wo ich sowohl mit den vielen von Tengelmann als auch den anderen Minderheitsgesellschaftern Gespräche hatte und über die Zukunftsausrichtung von Obi, wie stelle ich mir den Geschäftsmodell-Wandel vor, aber auch den Organisations- und Kulturwandel. Und das war die eine Perspektive und die andere Perspektive war auch dann, dass ich da tatsächlich auch so eine Art Assessment Center durchlaufen bin. Also, das wird schon professionell begleitet, obwohl man mich kannte. Aber ich glaube, oder vielleicht, also nicht obwohl, also ich wurde einfach professionell begleitet. Ist, glaube ich, bei so einem Job dann auch angepasst. Du hast ja auch irgendwie da ein bisschen Kulturwandel reingebracht. Also, mir wurde erzählt, du bist jetzt hier auch, kann man bei Instagram später dann sehen, aber LinkedIn, im knallorangen Pullover und irgendwie Obi-Pullover aufgetreten bei deiner ersten Ansprache und das war vorher nicht so üblich. Also, du versuchst da schon auch bewusst, so die Kultur zu verändern. Ja, ich versuch bewusst einfach die Offenheit und die Transparenz herzustellen. Ich finde, wir, egal, ob jetzt in dem Obi-Markt der Marktmitarbeiter oder die Kollegen, die ich gerade beschrieben habe, die mit der Ausbildung angefangen haben oder unsere Data Engineers und Data, ja, die wir da in Köln suchen und geheirat haben. Wir verfolgen alle eine große Vision und eine Mission und da müssen wir alle zusammenbringen. Duzt man sich bei oben? Jetzt, ja. Also, aber was heißt, jeder, der weiter siezen will, darf auch siezen, aber ich habe schon auch das Du eingeführt. Ja, mich darf jeder duzen. Und ich nehme es auch raus, jeden zu duzen, es sei denn, er sagt mir dann, nee, doch lieber beim Sie, aber das ist bisher noch nicht vorgekommen. Okay, okay, okay. Und da müssen wir uns alle dahinter versammeln und ich glaube, da ist die, deswegen auch ein orangener Pulli, ich glaube, den haben wir dann auch an alle verteilt. Das ist schon auch so ein Signal, also wir alle für die Marke Obi mit einer Richtung, eine Strategie in die Zukunft. Ich bin gespannt, wo es hinführt. Also, umsatzmäßig ist, er hat schon, er hat vor, das Niveau erreicht. Was traust ihr euch da noch zu? Also, was würdest du sagen? Also, wie gesagt, ich war ja in diesem Fünfjahresrhythmus und da wollen wir schon auf jeden Fall über die Zehn kommen. Okay. Aber das ist ja schon mal ein Wort. Ja. Also, gerade jetzt mit der vorgezogenen Konsum und so vielleicht, da muss man noch ein paar neue Ideen brauchen. Ja, wir haben ja fünf Jahre Zeit, also ist ja nicht im Jahr 23. Okay, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Letzte Frage, vielleicht stimmt das eigentlich, dass Obi aus dem französischen, also der französischen Wort Hobby immer entstanden wurde? Oder entstanden ist? So ist das auch meine Kenntnis, ja. Also, Obi. Also, aus Obi. Wie der Obi, ja. Okay, okay. Aber es ist ein genialer Name. Drei Buchstabe. Absolut. Orange, der Biber. Hätte man sich als Marketingexperte nicht besser ausdenken können. Exakt. Aber war nicht am Reißberg geplant, sondern war mehr so, irgendwer dachte, Obi, Obi irgendwie und dann hat man es mal genommen. Ja, so wird das erzählt. Also, ich habe auch mit dem Herrn Maus drüber gesprochen. Es scheint so zu stimmen. Der ist noch am Leben und so? Der ist noch am Leben. Den habe ich auch getroffen, in meinem, quasi, zu meinem Start, habe ich mich mit dem mal zum Mittagessen getroffen und das ist schon eine inspirierende Persönlichkeit auch. Also, kommt stark aus Werten und ... Was macht denn so jemand dann heute, der hat er doch verkauft? Der ist ja raus eigentlich, ne? Ja, der ist raus, aber der ist weiter noch, ja, bereist tatsächlich immer noch in seinem hohen Alter Deutschland und erzählt an unterschiedlichen, wird eingeladen als Gastredner und, ja, bringt so seine Werte und seine Ansichten, verteilt er weiter. Okay, okay. Na gut, also, ich bin gespannt, was aus Obi oder aus dem Baumarktsegment so an Innovationen zu sehen ist in den nächsten Jahren. Vielleicht gibt es dann wirklich da die Photovoltaik-Anlagen oder ähnliches. Also, vielen Dank fürs Rumkommen. Viel Erfolg jetzt in der neuen Rolle. Das ist ja noch, ne? Das hältst du ja irgendwie viel, viel Jahre vor dir. Und dann vor allen Dingen bis Mai, wenn ihr seid und da freuen wir uns drüber, ja auch beim Festival zu sehen. Also, Obi ist da sozusagen präsent bei uns und da, ja, ist auch was Neues für uns. Habe ich Bock drauf, also in dem Sinne. Ja, wir haben auch Bock drauf. Freuen wir uns drauf. Wir haben einen schönen Stand und da werden wir ein bisschen auch unsere Produkte zeigen und die wir so anbieten können für unsere Business-Partner. Freuen wir uns auch drauf. Also, wer Bock hat, ob Obi. Insofern, im Mai vorbeikommen, da gibt es dann nicht nur OMR zum Anfassen, sondern auch Obi zum Anfassen. Einen kleinen Markt, fast schon, den Markt will es nicht sein, aber einen kleinen Stand. Vielleicht ein Biber. Genau, vielleicht. Oder einen orangenen Pullover. Perfekt. In dem Sinne, danke dir. Danke, Philipp. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017